Hallo, ich bin der Sonntag von Tabata. Tabata ist ein Hochintensivtraining, tatsächlich müsst ihr Tempo geben, voller Vollgas geben. Und das sieht dann so aus, ich gebe ihr 20 Sekunden Vollgas, dann habe ich 10 Sekunden Pause. Dann bin ich 20 Sekunden Vollgas, dann bin ich 10 Sekunden Pause, halb, jetzt 4 Minuten lang jeweils. Und das ist eine Ergänzung zu eurem normalen Training, das sollt ihr nicht ersatz sehen. Und davon wird es auch, wenn es euch gefällt, auch weitere Videos geben. Und was mir auch Spaß macht, also ich bin jetzt gerade mit Tabata am Anfang. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. und dann Rest. Go! Rest. Go. Rest. Go! 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 Go!